ich habe den blick ja was besser die mp40 oder die stg 44 ich kann mit deutschen waffen kann ich mich nicht aus wo ist in der zeppelin hier ist ein riesenloch sagt wenn es eng wird da komme ich ja ich finde ich sehe nur gerade den x hier nicht ich glaube wir weit um die base man all diese scheiß weil hier eigentlich ein gebäude so unrealistisch ist einfach so komische netze sind muss ja ungefähr ich habe gefunden ja ich glaube sogar zwei okay wenn ich den jetzt übernehmen kann haben wir unendlich sie dir nach weil ich finden kann nicht das kann gut sein ja wurde angeschossen der schießt mich an ist ihr habt rotes bild aber kriegt macht mir keinen schaden der panzer ja der macht so wenig schaden das ist ja nicht mehr nicht daran bereich ist wir sind zeppelin was auch nicht dass er dich tötet ich suche die brücke hat gefunden witten an die betten wo ich eigentlich gar nicht abwollen wir werden jetzt abguck lieber das ding dass er nicht folgt man kann das chef nicht erst einmal warum weiß ich nicht so viele blöcke hier sind riesenloch war das glaube ich zwei stelle zusammen sind der ball hat weiterhin den zaun der x hat hier gerade während ich weg war was schönes errichtet oder war das eben schon hier das ist ein zeppelin aber es sind so viele blöcke folgt die x idee immer noch ich weiß es nicht ja er ist ja dann tut ihn lieber im ablenken und dann zu denken ja ich werde den zeppelin irgendwie einnehmen aber ich kann mit dem nicht wegfliegen also die betten sind auf jeden fall abgebaut das wissen wir schon mal was das schiff kann nicht das ist vielleicht mit dem boden hat der x jetzt wahrscheinlich gerade mit dem boden verbunden so dass ich nicht weg kann schusswechsel wie sieht's aus er sitzt immer noch im panzer schießt drauf deshalb bin ich glaube ich jetzt verbunden und solange der verbunden ist komme ich ja nicht weg was auch nicht hast du im hinterhalt gerät ja ja ich gucke wieder meine seiten lang geht der angriff von den noch bist also die würden jetzt quasi nicht noch mal wenn jetzt beide sterben würden sie nicht noch mal angreifen die zeit ist eigentlich um aber sie machen das quasi noch den zug zu ende höchstens bis halb nein darf ich noch er zieht ab ich baue den alchemy des chips hat weg hallo er fährt weg es weg ja das heißt die kommen es beide zu mir das ist nicht gut aber bis er hier ist habe ich zeit soll ich jetzt machen soll ich hier bleiben ja er könnte ja wieder kommen vielleicht ist es meine taktik wir haben glaube ich ist das ding es ist angst dass du den ding so ist zu lieben hätte ich aber auch weil immerhin hier extrem viele materiale von den drin sind und arbeit sie hat ihn haben ja kopiert öfters mal also ich denke mal das geht in der helden ist der exe ich sehe ihn siehst du den nico irgendwo der braucht ja etwas besser hier ist hoffentlich merkt er das nicht so das zeppelin ist nicht mit dem boden verbunden ich habe kurzen weg ich bin aus dem markt raus microsoft launcher lading spielabsturz nicht gut nicht unterstützte modifizierung von vision erschließen ich muss neu reingehen ich war gerade auf k oder im inventar ja was passiert wenn man card drückt man kann euren zeppelin nicht fliegen hatte viele blöcke doch den kann man fliegen doch doch auch man kann ihn schon fliegen ja weil ich so kommen ist okay irgendwas ist ja ein tipp ein trick warum der ist eigentlich mal wirklich irgendwo mit boden verbunden ich habe es noch nicht entdeckt ich hatte kurz den spielabsturz irgendwie nicht unterstützte version ja das habe ich noch gehört also irgendwas ist hier der trick ich weiß aber nicht was der trick ist der panzer ja dann ist er wenigstens da weiß ich meine dass nico nicht hier ist ist das bei dir ja er ist wieder da aber ich hält es geholt hat er kommt jetzt von anderen seite hier weg gefahren ist nein der kann kann ich alles gut haben ich bin doch hier gerade da wo ich über sie war sein trick stehe ich nicht so ganz ist er raus wenn ich hier falsch immer hätten aber die haben wir etwas ganz gut hier kipp haben sieht nicht gut alter tiger 2 tiger 2 hier ist alles von der panzer tiger 2 der ist hart wenn die den einsetzen ich zeige mich mal gerade nicht x hier läuft hier gerade rum sind so namen wie von den gewehren oder auf dem panzer überhaupt rechtlich geschützt die namen das sind ja wo alte namen da gab es noch gar kann nein dass man die nicht aussprechen darf oder so nein quatsch die waffen sind so alt und die panzer tiger 2 damals war da gab es das nicht wie soll ich den nico soll in den panzer bleiben oder solchen rausholen ja er hat abgebaut habe kein schaden kommen wenn du solltest doch aufpassen ja er hat nur ein block abgebaut ist da wieder ein panzer rein er schießt aber ich brauche es direkt wieder zu verdammt das habe ich dieses blöde bildchen geht gleich aus weiß was ich jetzt weiß was richtig was sie wäre wenn ich mich jetzt umdrehe und sneaker also weiß ja wie das ungefähr aussieht der möchte habe ich unseren oben und zum ausguck kaputt schießen hast du jetzt flieg weg oder kannst du nicht ich der krieg nicht ich arbeite kann ich in ruhe untersuchen wie ich jetzt zum fliegen bringen kann anscheinend gibt es da irgendeinen trick er packt im zaun wieso fliegt die scheiße nicht janik ja hast du ein bett abgebaut ich habe beide abgebaut ja frage dieser was ist der trick bei dem zeppelin es gibt für mich kein trick ist nicht mehr boden verbunden als ob ich dir das jetzt sage hier ein vogel hast du ja ist er denkt denkst du da ist mir boden verbunden sie sind halt hohen für den meinetwegen baue ich ganz langsam ihren block ab die sonnenblumen sind zwei hoch und sind damit ein block was die sonnenblumen sind zwei hoch und zählen damit als block ach nee das clever so jetzt habe ich ein stadt stand nämlich eine sonnenblume er verlässt nicht ich habe ich habe einen wo möchtest du den denn hinfliegen zu uns in die hauptbasis auf die insel auf panzer umladeplatz dann haben die da auch waffen drin die haben die ganze panzer also waffen nicht aber er fährt wieder weg ich bin gar nicht mal ganz einfach aus prinzip über die schliegen und sie ist jetzt raus der kann uns ja nicht mehr angreifen doch die haben wir in der nähe eine basis ja aber du hast gesagt wenn die beide tot sind ist ja vorbei weil ihr schon längst ja warte ich muss noch ein nico können aber das kriegen wir schon hin ich meine wir haben wir den panzer verlassen ich weiß nicht weil ich bin gerade über der panzer ja hat er ist wieder drin hä der hat jetzt rüstungen haben die da eine kiste was gelootet wo denn ich habe den zäbeln ich fliege gerade über dir der panzer der war nämlich draußen und er hatte doch glaube ich ich weiß nicht ob ich mich täusche die ganze zeit und keine rüstungen ja ich habe er möchte jetzt in nahkampf gehen also ich muss sagen jetzt endlich fliegt sich und ein paar scheiße im park den kommen her schnell soll ich ein kleines geschenk in form eines tiger 2 mitbringen ja dann können wir den panzer nämlich vernichten dann können raus locken die werden augen er fährt zum panzer verladungsplatz der fährt zurück die darf er nicht angreifen also nicht nur eine position haben schon echt was ein ziel ist jetzt bei uns über der straße fest genau was ich angeeckt habe ich glaube ich berufe jetzt irgendwas aber ist ja egal egal nee kein stück ich will schon hier mit dem panzer das ist ein panzer der panzer die handel panzer scheint einen schaden bekommen weil er raucht hinten soll ich drauf schießen oder nicht nein lass 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 es kommt ja jetzt die richtig dicke mühle die dicke bärte also zu sagen er fährt zurück ich denke mal die wissen ja noch gar nicht dass die zb er fährt jetzt wieder nach vorne hat auf mich geschossen ich muss von turm runter was schießt der medium warum habe ich so viele ladstellt habe ich noch ganz viele medium also hat die panzer haben cargo aber ob der ist was drin ist bei der fährt wieder um die basis und schießt irgendwann darfst du mir doch keine shells mehr haben und irgendwann könnte gleich an jeder 6 9 mit einem panzer 2 macht um nach bumm die big shark oder asti er fährt wieder um die basis rum naja der wird gleich augen machen den trick verrate ich dir doch kommst du bist schon auf dem weg ja ich bin habe ich schon auf der karte ich kurz davor wird kurz vor dieser kurve ja ich versuchte ein bisschen abzulenken dass er dich nicht kriegt sieht ich das ist egal der soll mich sehen der däger und ich habe ein spielzeugauto gefunden von euch naja schießt noch nicht das möchte ich sehen alter ist jetzt raus ich kenne dich wachstelle hier steht ich kann nehmen mit dem visier ich bin ich wackel zu viel ich gehe ich gehe ich komme raus ja ja komm raus was komm raus schnell 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 haut ab ich bin auch raus ok hast du maschinengewehr ich habe drei herzen der panzer jetzt auch fast was sie haben sie haben die unsere boeings sie haben von irgendwer irgendwie unsere boeings gefunden ich wollte haben die maschinengewehr ein bisschen ziel ich bin hier hast du munition ist ja ich kann nicht sehen doch ich kann jetzt machen mit dem handel ich bin ich bin ich boxe ich bin aber gleich schon wieder ich boxe ich boxe ich komme ich komme ich bin ich zu dir da bin wieder verprügeln ich bin hinter ihm kommt ich boxe ich habe es macht halt ja ist okay kein ja ich habe falsch angeschrieben soll kann mir jetzt kriegt an weil ich kann ein erster müssen was koordinieren wir haben ich habe noch ein panzer im winter guck dir mal die waffe an die ich habe ich habe noch ein munition die heißen von der heißt die das ist die mg 42 das ist meine lieblingswaffe ich habe da fahren wir doch aber da haben wir doch einmal ich weiß aber wir hatten nie eine waffe hier die das armo ding ist voll und ich habe noch ein volles also ich habe hier jetzt dabei 100 schuss von der